Ich hab kein Geld mehr. Ja, dann zeig ich dir mal, wie man ohne Arbeit Geld verdient. Wie man sein Hobby zum Beruf macht. Jetzt können wir richtig auf den Putz hauen. Ich kann's aber trotzdem nicht fassen, dass ich mich besonders nie bezahlen lassen hab. Ich mach das zwar sonst nicht, aber Ihnen würde ich gerne die Hand schütteln. Danke. Ja, doch nicht Ihnen. Ich meine Ihren Bruder. Ich will doch einfach nur ein kleines, süßes Baby. Dann kann ich einen geeigneten Spender für Sie finden. Kuch! Das ist keiner mehr. Nein, 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 nein. KISTER! Der kleine Kerl hat da unten ganz schön was angerichtet. Könntest du dich bitte mal normal ausdrücken? Was heißt das? Sie können noch ficken. Aber das Tier hat sie sterilisiert. Das heißt, ich kann keine Kinder mehr kriegen? Scheiße, ey, was mach ich denn jetzt? So leben ohne Kinder, das ist doch scheiße. So toll sind Kinder auch nicht. Sie drängeln die ganze Zeit, heulen, haben immer nur Hunger und scheißen sich dann ein. Und wenn dir dann einer sagt, aber ein Kinderlächeln macht alles wieder gut, dann hat er entweder keine Kinder oder ist nie zu Hause. Es muss doch möglich sein, mein eigenes Sperma zurückdraben. Nein! Das heißt, es wurde schon verwendet? Ich hab's geschafft. Dein Baby. Die Bruder wird die Mutter meines Kindes. Ja. Ja, wie soll man an die rankommen, hä? Ähm, sag mal, moderiert die immer so? Das ist doch gefährlich fürs Kind, oder? Alles okay? Kann man nicht mal in Ruhe kotzen? Ich bin schwanger. Ach, ich, äh, also, herzlückend. Leicht wie's reingekommen ist, kommt's nicht wieder raus. Ich hab richtig Angst, keine gute Mutter zu sein. Du wirst eine gute Mutter sein. Hörst du mich, Peggy Shakira? Er ist Horst. Wer heißt Horst? Peggy Shakira. Der Typ, der schnackt sich in unser Leben! Was hat denn der hier zu suchen? Karsten! Eine Familie entsteht durch Liebe. Bock auf Ficken? Wir brauchen die Eierlikör, dringend. believe so. Ein Haares. Also gut. layerschett, käupteick zu haben. Auch wenn ein hearings. aber in meinem Leben steht zurück. Wir brauchen dieкой dasselbeutause recommend, Veine ganzher pants.